Musik Du musst ruhig liegen bleiben Was ist passiert? Wir haben das getroffen Wo? Im Gesicht Das war ganz schön knapp Nicht anfassen Hat mal jemand ein Taschentuch Oder sowas? Ein Taschentuch Wir müssen die Blutung stoppen Wie schlimm? Nur ein Kratzer Nur ein Kratzer? Ach so schlimm ist es nun wirklich nicht So schlimm ist es wirklich nicht? Zuerst ist es nur ein Kratzer Aber was passiert, wenn Was passiert, wenn er sich entzündet? Und wenn die Wurde anfängt zu eisern Dann ist das nicht gut Und wenn es dann soweit ist Dann muss man amputieren Ist es wirklich nur ein Kratzer? Dannas ab Und ihr habt Oh nein! Untertitelung des ZDF, 2020